auf einem anderen Level. Meine Mission ist eine andere als früher, ohne Minirock und rote Lippen. Damit habe ich Aufmerksamkeit erregt, damit ich diese Bewegung hier unterstützen kann, die etwas Größeres ist. Zu einer kleinen Aussage vor Ort lässt sie sich dann doch hinreißen. Ich wünsche mir, dass all unsere Wünsche mit diesem Projekt